Was haben wir in der Vergangenheit festgestellt, dass es eigentlich an guten Beispielen fürs Energiesparkontracting mangelt. Deswegen haben wir mit dem BMWi zusammen das Vorhaben Contracting Builds the Future aufgebaut. Und da geht es darum, dass wir zehn Beispiele schaffen wollen, irgendwo verteilt über die Bundesländer, um darüber auch Mut zu machen und zu zeigen, wie es geht. Und parallel wollen wir das Ganze auch begleiten und Wissen schaffen, Wissen aufbauen, den Austausch vom Wissen stärken. Und deswegen gibt es auch Kompetenzstellen in den Bundesländern. Und dann haben wir so ein Mentoring-Programm, wo wir erfahrene Landesenergieagenturen mit den neu entstehenden oder in dem Themengebiet neu sich entwickelnden Energieagenturen auch zusammenbringen. Das ist so die Gemengelage, in der wir aktiv sind. Das ist so die Gemengelage, in der wir aktiv sind.